Das ist Hamburg! Also, wer noch nicht Regenschutz gesucht hat, wäre vielleicht eine gute Idee. Ich würde sagen, wir machen gegen die schlechte Laune Musik, oder? Wer ist dabei? Wer hat Bock? Wer Bock hat zu singen, komm einfach nach vorne. Musik gegen die schlechte Laune ist meine Devise. Wir wechseln durch, wir haben hier mehrere Musiker. Kleine Anmerkung bitte an die Leute da hinten unter dem Zelt. Könnt ihr bitte meine Tasche wirklich, was er sich verstanden hat. Wir filmen, dann ist es wirklich ein Lichter, oder? Wir haben hier ein Lichter oder ein Lichter. Wie ist die Leute da? Wann geht es mit einem Platz? Wann geht es doch? Wir halten diese Läuungen, die Läuungen schön auf. Wann geht es? 분